Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich Willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei Wetter.net. Morgen endet der April 2021 und dieser Monat wird tatsächlich zu kalt ausfallen. Verglichen mit dem neuen Klimamittel, aber auch mit dem alten Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Und das kommt ja eher selten vor. Außerdem wird der Monat April deutlich zu trocken enden. Das Niederschlagsdefizit wird wahrscheinlich irgendwo bei 40 Prozent liegen. Also 40 Prozent weniger Niederschlag als üblich. Und dann beginnt ab Samstag der Mai und der setzt scheinbar zu einer richtigen Achterbahnfahrt an. Da ist alles mit dabei. Die Wettermodelle fahren rauf und runter. In den nächsten 10 bis 14 Tagen von Nachtfrost bis 30 Grad ist die gesamte Palette abgedeckt. Also sogar der erste Hitzetag des Jahres 2021 ist da möglich. Aber nachts zum Teil immer noch Frost, Bodenfrost, stellenweise Luftfrost. Und das wird natürlich für die Natur und für die Landwirtschaft ziemlich gefährlich werden. Dazu später mehr in diesem Wettervideo. Wir schauen uns erstmal die Höchsttemperaturen von gestern an. Und die sind schon nahe an die 25 Grad Marke herangekommen. In Waaghäusl 23,6 Grad. Kitzingen 23,0 Grad. Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz 22,9 Grad. Regensburg in Bayern 22,5 Grad. Offenbach 22,4 Grad. Freiburg auch noch 22,1 Grad. In Kaiserslautern in der Pfalz 21,8 Grad. Und Mannheim 21,7 Grad. Also gestern verbreitet ein relativ frühlingshaft warmer Mittwoch. Ja, der heutige Tag ist geprägt vom Tief Beart. Nicht Beate, Beart. Das ist ein Schweizer Vorname. Und dieses Tief liegt einmal mitten über Deutschland. Das bringt uns heute viele Wolken. Und immer wieder auch heute Morgen Regenfälle. Vor allen Dingen nach Osten hin. Aus Westen, da lockern die Wolken vorübergehend auch mal etwas auf. Aber am Nachmittag, da gibt es vermehrt Schauer. Teilweise auch Gewitter. Und die können regional auch mal kräftig ausfallen. Also mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel. Auch heute Abend bleibt es durchwachsen. Mal Sonne, mal Wolken. Mittendrin immer wieder einzelne Schauer. Und zum Teil die eben auch mit Blitz und Donner. Also weiterhin die Gefahr von kurzen Gewittern mit punktuellen Starkregen schauern. Wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter bei euch vor Ort in den kommenden Tagen weitergeht. Wann es Regen gibt oder wo die Wolken vorbeiziehen. Dann ladet euch doch einfach mal unsere Wetter.net-Wetter-App runter. Den Link zum Download gibt es hier unten in der Videobeschreibung. Die Höchsttemperaturen heute im Nordwesten gedämpft 13 Grad. Sonst 17 Grad im Osten in der Mitte. Und im Südosten bis zu 20 Grad am Oberrhein. Werte um die 18 Grad. Morgen früh dann so um die 7 bis 5 Grad. Stellenweise also mild, aber punktuell Richtung Rheinland-Pfalz in den höheren Lagen. In der Eifel teilweise leichter Frost ist da möglich. Auch sonst stellenweise in der Mitte hier und da wieder Bodenfrostgefahr. Am Freitagmorgen viele Wolken. Stellenweise im Norden noch ein bisschen Regen. Und auch der Freitagmittag bleibt durch Wachsen. Mal Sonne, mal Wolken. Mittendrin einzelne Schauer. Hier und da auch noch mal kurze Gewitter mit dabei. Richtung Westen und teilweise auch im Südosten ist es zeitweise auch recht freundlich. Und das Wetter am Freitagabend aus Südwesten. Viele Wolken immer wieder hier etwas Regen. Auch im Nordwesten einzelne Schauer. Mittendrin auch mal längere Zeit trocken und freundliche Abschnitte. Die Höchsttemperaturen morgen liegen meist um die 11 Grad im Osten bis hin zu 18 Grad im Südosten des Landes. Und auch im Südwesten, da ist es relativ kühl. Selbst Richtung Oberrhein, da werden morgen gerade mal so 7 bis 11 Grad erwartet. Tja und dann beginnt der Mai. Die Frühtemperaturen am Maifeiertag liegen zwischen 7 und 5 Grad. Es ist also erstmal überwiegend frostfrei. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Die Wetterlage am 1. Mai, naja, die könnte besser sein. Viele Wolken, stellenweise Regen, vor allen Dingen hier im Nordwesten. Aber der Regen ist ja weiterhin auch dringend notwendig. Deswegen soll er ja auch fallen. Aber am Maifeiertag, da planen wahrscheinlich viele auch ein paar Ausflüge. Naja, da braucht man wahrscheinlich hier und da auch mal den Regenschirm. Die Temperaturen am 1. Mai auch ziemlich unterschiedlich. Im Osten und im Norden um die 14 Grad, sonst 15 bis 18 Grad. Im Südosten teilweise bis zu 20 Grad und damit hier am wärmsten. Ja und der Sonntag, der droht dann verbreitet wirklich ins Wasser zu fallen. Da kommt ein Regentief vorbeigezogen und das bringt hier in der gesamten Südosthälfte zum Teil kräftigen Regen. Vom Schwarzwald über Baden-Württemberg, Bayern, über Thüringen bis nach Sachsen bis ins Erzgebirge. Teilweise bis nach Berlin und Brandenburg zum Teil lang anhaltenden und kräftigen Regen. In den Alpen sehen wir sogar blaue Symbole. Das heißt, dort sinkt die Schneefallgrenze ab. Da kann es also Schnee, Regen und Schnee geben. Weiter nordwestlich von diesem Regengebiet dagegen auch zeitweise mal ein paar Auflockerungen. Hier kann sich auch mal im äußersten Westen die Sonne zeigen. Dementsprechend groß auch am Sonntag die Temperaturunterschiede. Im Südosten beim Dauerregen gerade mal 5, 6, 7 Grad. Im Rest des Landes so 10 bis 14 Grad. Im Südwesten stellenweise auch mal bis zu 16 Grad. Ja und dann kommt die Nacht zum Montag und da ist er schon wieder. Unser Luftfrost verbreitet in der Mitte Temperaturen um die 0 bis minus 1 Grad. Aber auch drumherum, da müssen wir teilweise am Montagmorgen schon wieder mit Bodenfrost rechnen. Also Achtung Blümchenalarm. Empfindliche Pflanzen müssen wir wieder schützen. Und hier und da müssen wir tatsächlich am Montagmorgen schon wieder die Autoscheiben freikratzen. Zumindest dann, wenn das Auto eben draußen geparkt ist. Dementsprechend mal der Blick auf die Temperaturabweichungen am kommenden Sonntag. Und wir sehen wieder genau über Deutschland die größten Abweichungen verglichen mit dem Klimamittel der Jahre 1979 bis 2010. Teilweise 8 bis 10 Grad zu kalt bei uns im Südosten des Landes. Dagegen hier Richtung Südosteuropa zum Teil 12, 13, 14 Grad wärmer als das Klimamittel. Aber Richtung Westeuropa und auch hier Südwesteuropa bis runter nach Nordafrika. Da bleibt es am Sonntag deutlich zu kalt für die aktuelle Jahreszeit. Wir blicken noch ein bisschen weiter rein in die nächste Woche und gucken mal so auf den 5. Mai, auf den Mittwoch. Und wir stellen fest, schon wieder ist Deutschland der Kältepol in ganz Europa. Teilweise hier im Norden Temperaturabweichungen bei uns um die 8 bis 12 Grad zu kalt für die aktuelle Jahreszeit. Nur hier im Süden Deutschlands orangene Farben, das heißt so 2, 3 Grad wärmer als das Klimamittel. Aber es geht auch anders. Nur wenige Tage später und zwar am Sonntag, dem 9. Mai, am 2. Mai-Wochenende. Der 9. Mai ist übrigens Muttertag. Da könnte es ganz anders aussehen. So rechnet es zumindest das amerikanische Wettermodell. Plötzlich viel Rot über Deutschland, deutlich zu warm. 8 bis 10, teilweise 12 Grad über den langjährigen Klimamittelwerten. Und das ist so ein Tag, da kratzen wir vielleicht stellenweise an der 30-Grad-Marke. Also erst Nachtforst und plötzlich ein paar Tage später wäre sogar der erste Hitzetag des Jahres 2021 möglich. Also eine richtige Achterbahnfahrt, die da die Wettermodelle in den nächsten 10 Tagen berechnen. Ein Blick auf Niederschlagsmengen bis zum 3. Mai. Ja und wir stellen fest, vor allen Dingen hier, wo der Dauerregen am Sonntag fällt, vom Schwarzwald bis zum Erzgebirge, da kann es richtig nass werden. Da kommt einiges vom Himmel. 30 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sind hier möglich. Da ist die genaue Lage des Niederschlagsbands noch nicht so richtig sicher. Aber in diesem Bereich hier irgendwo wird es wahrscheinlich ziemlich nass werden. Dagegen bleibt es trocken. Im Westen Deutschlands weitgehend trocken. Hier gerade mal 1, 2, 3, maximal bis zu 5 Liter Niederschlag pro Quadratmeter im Nordwesten und im Nordosten so um die 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Wir blicken auf die Ensemble-Vorsage für Süddeutschland bis zum 14. Mai. Die deckt also schon fast die gesamte erste Mai-Hälfte ab. Und man sieht hier sehr schön diese Achterbahnfahrt. Erst Temperaturen um 15 Grad, dann geht es runter, Temperaturen knapp über 10 Grad zum Beginn der nächsten Woche. Dann steigen die Werte wieder rasch an und dann im Mittel sogar über 20 Grad. Einzelne Berechnungen kratzen hier fast an der 30-Grad-Marke und danach geht es wahrscheinlich wieder etwas runter. Aber wir sehen, die Spannbreite ist relativ groß. Da gibt es beispielsweise am, das ist der 9. Mai, Temperaturspanne von 0 Grad bis über 20, 25 Grad. Also da gibt es große Unsicherheiten und die Niederschlagssignale, die sind dann eigentlich immer wieder dabei bis zur Monatsmitte vom Mai. Wir gucken in den Norden Deutschlands. Hier ist es ein bisschen entspannter, nicht ganz so warm bei den Temperaturen bis zum 14. Mai. Relativ konstant in den kommenden Tagen, 10 bis knapp 15 Grad. Danach auch hier so ein leichter Anstieg auf Werte über 15 Grad, vielleicht auch mal bis zu 25 Grad. Aber die 25 Grad sind dann doch eher Ausreißerberechnungen und auch im Norden gilt, hier und da sind Niederschlagssignale zu sehen und das bis zur Monatsmitte. Wir blicken zum Schluss noch auf den Osten Deutschlands, auf die Ensemble-Vorsage ebenfalls bis zum 14. Mai. Betrachten hier aber die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Diese braune Linie, das ist das langjährige Klimamittel und wir sehen, da geht es rauf und runter. Das Rote ist das Mittel aus allen aktuellen Prognosen und wir bleiben erstmal meist unter der braunen Linie, also unter dem Klimamittel. Und danach kommt so ein Wärmeberg, der hier angedeutet wird mit diesem Temperaturanstieg in 1500 Metern Höhe. Die Temperaturen könnten sich der 15 Grad Marke in dieser Höhe nähern, beziehungsweise im Mittel nur knapp der 10. Aber der Hauptlauf hier, das ist der schwarze Bereich hier, der könnte die 15 Grad erreichen. Das würde wahrscheinlich ausreichen, um unten am Erdboden so 28, 29, vielleicht auch knapp 30 Grad zu erreichen. Also ein richtiges Auf und Ab in den kommenden Tagen. Nur eines sehen wir nicht, beständiges Maiwetter. Denn auch hier im Osten gilt, immer wieder treten Niederschlagssignale auf. Der Achterbahn-Mai, der scheint wirklich in den kommenden Tagen so richtig ordentlich an Fahrt aufnehmen zu wollen. Das ist also eine spannende Wetterlage, die uns da in den kommenden 10 bis 14 Tagen bevorsteht. Und da bleiben wir natürlich dran, mal gucken, was daraus am Ende werden wird. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung. Ich hoffe, das Wettervideo hat euch gefallen. Wenn ja, lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Donnerstag.